Boah, Schatz. Boah, Schatz. Boah, Schatz. Boah, Schatz. Eiei, Schatz. 50 Jahre. Nicht zu glauben. Hast du es auf 40 gemacht? Es ist jetzt auf 20 wieder. Ja. Es ist auf 20, ja. Schatz. Es ist ja scheiße. Boah, Schatz. Nein, du willst gleich schon, ne? Zeig. 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 Ich schmeiße auch immer an den Ziel. Nicht zu glauben. Abgesch... So. Start die Engine. Bitte, bitte. Oh, ja. Ein bisschen auf tutti, frutti. Oh, ja. Schauen wir morgen. Einer, komm. Immer selber. Äh. So, bitte. Spuckt mal da oben hin. Oh, 20. Was ist denn jetzt hier los? Schöne Nachgeburt. Schöne Nachgeburt. So. Das mal. Auf reingekommen. Ja. Lecker, oder? Dann noch mal da oben. Aber, bis jetzt. Ja. Pfeift. Ja, das ist dann schon mal da oben. Auch da oben. Und da oben drauf. Ja, da oben drauf. Nachbar, ich bin da oben drauf. Alle, die sind da oben. Einmal da oben da oben. Ich bin da oben drauf. der andere hier fühlen wir schmutzig grüße euch erstmal alle mal schauen was jetzt passiert auf 10Z schmutzig 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 gleich Da, die fühle ich in Zwitschern, ne? Brutaler Kickstart. Komm für Italien. Komm für Italien. Ja, das reicht doch. Für Italien. Und zwölfelt die Nachschlagen. Das ist die Frage, ja. Es gibt da komischerweise schon gar nicht mehr den Italiener, merkst du? Nein. Bist du schon wieder da wieder? Komm jetzt, Mann. Gar nicht zu sehen, du. Ist das Ding? Boah, ist ja ekelhaft, ey. Nix. Zum Thema Verlängern. Noch schlimmer als vorher. Ja. Komm gar nicht mehr rein, oder? Freut sich. Das Verlängerung, Christian. Wir sind gerade bei der Wurstplatte. Ja. Da sollte man doch deutlich Vegetarier bleiben. Schönen Tag noch. Da passt zum Thema Italien. Ja. Schönen Tag noch. Ja. Schade. Wo ist denn der? Oah. Das ist ein ganz mieser Lauf. Komm, komm, viel zu spät. Der Onkel kommt zu spät, der Onkel. Schade. Das ist bei Käseplatte jetzt. Nee. Ja. Schade. Wieder bis zur Frau wahrscheinlich. Trotzdem nichts auf dem Tacho, oder? Ich hab auch schon am Anfang gesagt, da kam auch nichts. Guck mal, wieder bis zur Frau. Wie spiele ich noch? Zwei. Schade. Schade. Ich weiß, das ist ein Schmerz. Das ist nicht gut. Schmerz. Schmerz. Gen Techno. Schmerz. 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 früher hat er auch wahrscheinlich viele verlängerungen gemacht heute bleibt besser zu hause, spart, kauft er weiter für unter dem Tanne-Raum dann ist jetzt hier kein Spaß mehr, das ist einfach nur brutaler Raum da kann man auf 10 Cent auch gewinnen das ist auch nicht mehr zu erinnern, du magst, das ist scheiße nichts, ich kann nichts, nichts verschen das ist scheiße das wird bitter gerade 50 Cent steuern ich wollte gerade umschauen tschau ich bin lächerlich ich bin kurz vor dem Liegen ich bin schon von den Zehn und Segen kann er 4 Folie da schmeißen macht er was er da macht? den Schwanz macht er jetzt das macht nichts weniger an das ist ein Spiel ich habe sieben Stücke vom Arm essen das stimmt doch du musst ein bisschen angeben hier leckerchen thank you very much wie geht's dir denn? du kleinen Saukerl du komm her, komm ist nicht zu glauben jetzt hat er keinen Bock mehr ich will mich gerade noch zerfleischen jetzt hat er keinen Bock mehr ich will mich gerade noch zerfleischen dann Vielen Dank.